Tag 3, Sunrise in 7 Days Es geht ganz langsam zurück So Radiation Level Ich glaube da waren wir schon mal auf einem guten Weg Da oben Sachen noch zu bauen Ansonsten mache ich vielleicht schon etwas falsch Keine Ahnung Find Organics Deposits Deposit Areas Gibt es vielleicht hier unten was Blaues, das wir einsammeln können Ich schätze mal eher nicht Ein Buch Jetzt bin ich in einem Pile of Shame Also es ist sein Stuff hier, okay Aber auch hier geht es wieder nicht weit Und auf dem Rückweg war ja glaube ich auch nichts Und ja da drüben hat das blaue Zeug Aber wie kommen wir dahin außer durch dieses Radioaktive Zeug zu laufen So wir können es versuchen Aber ich glaube nicht dass wir das Überleben werden Hier sieht es halt echt weird aus Was zur Hölle Was könnte das sein? Rappidium Rappidium Das ist gar nicht klar Ich fühle mich sehr strange Ich muss noch näher Sicher Ist das schlau? Rappidium 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 Da hoch Ah hier wäre das Zeugs Rappidium 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 Scanning The scanner allows you to find resource deposits by placing and connecting probes You can discover the concentration of underground resources Find the deepest spot of a deposit Wäre schlau gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Okay, mache ich das richtig? Mach doch mal. Okay, spannendes Zeug soll ich hier noch, Scan-Wave. Mache ich das richtig? Retrieve Probe, Scan-Wave. Ich glaube schon, dass es richtig ist. Ah, jetzt. Hold Q, select Build, then select Mining, now post. Okay, das Spiel ist sehr viel vielfältiger, als ich gedacht hätte. Pylons. Using pylons, you can connect Mining Outposts with the base. Each pylon automatically connects to nearby structures. You can see possible connections in the form of green lines, when you have the pylon equipped. Pylons can also be connected to each other. Place them in a line to connect the Mining Outposts with the base. Okay, echt cool. Sehr cool. Dass solche Dinge hier möglich sind. Lass mich raten, wahrscheinlich können wir hier runter, aber nicht hoch. Ja. Ich weiß noch nicht, ich werdeilt die, ich muss hinaus stimme. Ich weiß noch nicht, warum es wirklich ein Verwaltungskommst板 hinterlassen hat. Ich muss es einen Gelegen�wert. Dann gehen die Tür ent shining. Ich finde das einen Gelegenheit, bis sielarda. ... ... ... ... Soooo Connect out, outposting with the base. Okay, ich glaube wir müssen das vorne vorne durch setzen hier irgendwie Ah, wir connecten hier. Sehr schön. Fast Travel, you have connected the manning outposts to the base. From now on you can use Fast Travel to move quickly between the base and the manning outposts. Connect says Fast Travel at the airlock base entrance. Spannend. Sehr cool, bisher gefällt mir das Spiel. Hat ein bisschen was von allem mit drin irgendwie. Ähm, report your findings. Wir haben 15 Uhr. Storage. Nur ist der Storage irgendwie voll, das heisst wir müssen wahrscheinlich die Base ein bisschen ausbauen. Äh, das ging wo nochmal? Hier. Build. Small Storage. Kostet das sonst was? Oh no. Das war das Falsche. Nochmal Storage. Haben wir zumindest genug? Report your findings. Establish connection with Earth. Hello? Anyone copy? I went out to find resources and I found a cave full of something. I think it might be Rapidium. You hear me? I think I found Rapidium. You sure about that? What? I'm sure. Yeah, I mean. What else could it be? Test it? Test? The Repidium? How would I do that? New Blueprint provided. The womb. The womb. The womb. The womb. The womb. You want me to build... a womb? The sound of D&D. Boy. Never be su. Who are you? The womb, huh? Hmm. The womb, huh? Making sure. The DNA sample, huh? I guess it makes sense. The Ribidium speeds up organic growth. The womb. Was is with the womb? Okay, we have a blueprint, but... Build the womb module. The corporation wants me to test the samples. I have a feeling they won't be of much help until I give proof to them that it's really Rapidium. Build the womb module. Could it be that this space may exist? And the wumb? The womb. Wir müssen zuerst einen Elevator bauen und dann den Womb da anschliessen. Use the DNA sample in the Womb. Ich glaube, er weiss selber nicht genau, was in der Womb ist. Standing by. Test Arapidium. Otta skoedraschkont. Was? Oh, du brauchst einen Namen. Ich glaube, ich werde dich Molly nennen. Hallo, Molly. Du hast keine Kampf, oder? Ropidium, dann also irgendwie eine Form von lebendem Organismus? Möglicherweise. Ich habe eine Hebe an Bord. Du bist für zwei Leben jetzt. Oh, du bist. Successful. Wir haben wirklich eine Chance. Ja, ja, ich habe. Es ist fantastisch, nicht wahr? Ich muss nur aus dem Leben aus, um zu verdienen. Ich frage mich, wer das ist, mit dem wir da sprechen. Ich frage mich, wer das ist, mit dem wir da sprechen. Extract 8 Organic Matter at Outpost. Ähm, schnell reisen können wir ja jetzt. System offline. Theoretisch könnten wir schnell reisen. Hieß es doch vorhin? Um gut. Herrlack Storage, noob. Machinere- Ich spiele die Karte. Radiation Barrier 16% Storage Also nur Storage Hiess es nicht, wir können schnell reisen Manual Fast Travel Ah, von außen Gut, man müsste vielleicht lesen können Ne, 18 Uhr, das Sind zwei Stunden Ja, okay, wir können es versuchen A la Outpost, let's go Gut, dass das drin ist Immer vor, 21 Uhr müssen wir hier weg Okay Fast Travel to the Base Wir haben zwei Stück gesammelt Dann können wir den Haken da machen Und wir müssen acht Stück sammeln Ups Ja gut, dann müssen wir kurz warten Bis Zum nächsten Tag Ja, bis die Ebene hochschlafen will Ich bin Ja gut, abmin Du hast Besади Bus